Wir müssen gar nichts, wir wollen und wir können, aber müssen tun wir nicht. Also wir wollen in die Gruppenphase, wir können es auch, weil wir glaube ich die bessere Mannschaft auch haben, aber müssen tun wir es nicht. Und dann spielst du vielleicht auch nochmal in den entscheidenden Situationen ein Stück weit befreiter auf, wenn du nicht denkst, du musst unbedingt. Und das ist für mich ein ganz, ganz wichtiges Learning. Wenn wir das auf den Platz bringen, was wir können, dass wir dann auch eine realistische Chance haben, zumindest mal ein Tor zu schießen, dann sind wir schon in einer Verlängerung. Elfmeterschießen wollen wir nicht unbedingt, haben wir gelernt, dass wir dann auch noch üben müssen. Aber es reicht ja wirklich ein Tor und für ein Tor hast du 90 Minuten Zeit. Deshalb sollte man wirklich mit der Haltung reingehen. Wir können, wir wollen, aber einfach mit der nötigen Freude und dem Schuss Lockerheit, den du dann auch brauchst, um wirklich deine beste Leistung bringen zu können. Und das hat uns vielleicht so ein bisschen gefällt im Hinspiel, glaube ich auch, weil wir dann nach 20 Minuten auch vielleicht auch selber ein bisschen den Eindruck hatten, ja das läuft schon. Danke. Danke.